Jetzt werde ich gleich rausgeschossen. Wir kriegen, wir kriegen. Ja, überleben wir vielleicht gar nicht. Ich kann gleich nicht mehr rappen. Raus, raus, raus. Okay. Schön. Kannst du ihn noch retten? Was? Nee. Oder? Zieh, zieh, zieh! Drück dagegen! Drück dagegen! Er darf nicht ins Wasser! Nein! Hola! Da geht's ja ab. Ich bin Pionier. Wir verlieren. Und nehmen Sprint mit. Pionier bist du? Mhm. Ich bleib einfach mal beim Medi. Dann komm bei dir rein. Vorsicht, direkt vor uns ein Sniper. Links. Ja, ich hab gegen... Vor uns. Oh, das ist ein Panzer. Okay, ich bin tot. Ich auch. Das hab ich nicht, bin tot. Das war schön. Hm. Ich steig bei Clusterfork ein. Ich auch. Da ist ein Tank. Noch einmal? Ja, das klar. Wird links geschossen. Was ist denn da los? Ich nehm nochmal nen Düb. Und versuch das gleiche nochmal. Wie konnte der denn wissen, dass ich da bin? Wieso sind hier so viele Leute? Wieso hab ich den denn nicht überfahren, man? Hier sind voll viele Leute links. Ja. Am Ufer. Am Ufer. Äh. Bist du tot? Naja. Ich steig bei A ein. Ne, ich steig jetzt am Anfang ein. Ich steig doch nicht bei A ein. Bei uns stehen so viele Sachen. Aber ich kann gar nicht bei uns am Anfang einsteigen, oder? Wie wäre denn das das denn? Ähm. Ob das Auto noch geht? Bestimmt. Was geht denn hier ab, ey? E. Oh, was haben wir denn hier schon wieder für einen Server? Wir haben hier... Hätte man sich bei den Tickets hier auf was denken können, na? Was? Was? Dass es so unausgeglichen ist. Hm. Ich komm mit dir rein. Nein, doch nicht, weil du bist tot. Ich steig bei E ein. Hab ich auch gerade gemerkt. Mhm. Ja, da kommt einer. Äh. Ist bei... Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Bei E ist eine. Ich glaub rechts. Ah, der? War das einer mit Helm? Ja. Ui. Kommst du noch in Jeep rein? Nee, Fatima. Okay. Fatima. Bist du für die Klasse? Bei Pionier. Okay, ich bin bei dir. Hi. Hallo. Wohin? Caesar? Also hier bleibt einem eigentlich nichts übrig bei der Map. Naja, komm zu Caesar. Ah, eine feindliche Flugabwehr irgendwo. Oh, werden wir beschossen? Ich seh zumindest schon mal eine Mine. Nee, von vorn. Sniper von vorn, von hinten der Heli. Von oben. Tot. Wo ist der Sniper? Der Heli, du solltest dich eher interessieren, der jetzt vor dir auftaucht oder nur. Tut mir doch gar nichts. Der Gute. Der Gute. Oh, er dreht sich zu mir. Der Gute. Der Gute. Der Gute. Der Gute. Ich weiß nicht, wo der Sniper war. Der in der Halle ist der Sniper. Da ist die Flugabwehr. Wo in der Halle? Rechts in der Halle ist die Sniper. Ist der Sniper. Verdammt. Was? Das ist noch einer. Achso, Venom. Natürlich. Sniper hab ich. Ach, ich hasse es. Da ist einer im Wasser. Wo? Dort lang, ja. Dort irgendwo ist einer im Wasser. Rechts. Rechts. Rechts der Nasenbügel. Da unten. Hab ihn. Nee, da ist noch einer im Wasser. Was? Recht. Wieso krieg ich den denn nicht, Mann? Hä? Ich hab hier vorne in die Felsen reingeschossen irgendwie. Echt? Okay, der rennt jetzt weg. Komm her. Lass mal. Bagger. Ist das ein Bagger? Oh. Nee. Ist ein Gabelstapler. Nein. Der Bagger steht hier vorne links. Er ist aber gerade kaputt, glaub ich. Oh, ihr Schweine. Nee, der brennt nur links. Nee, der ist ganz kaputt. Wir haben einen Jeep. Hab einen. Ich glaube, ich hab den anderen. Okay. Gibt's irgendwas zum Fahren? Ja, ein Jeep. Jeep hier. Bring rein, ich mach Gunner und so. Okay. Ich fahr mal zu Berda. Mach das. Oh, ich lutsch gerade ein leckeres Bonbon. Oh, das ist sehr erotisch. Oh. Oh. Aua, mein Kopf. Entschuldigung. Das war gekonnt gedreht. Ich verwöre die Gegend. Der Heli ist direkt links. Ja. Hat Leute bei A aufgesetzt. Tank? Oh, fahr weiter fahr. Ja, ja. Oh. Wer? Ich kann nicht schießen, wenn du so fährst, ne? Ja. Ich sehe aber auch niemanden, auf den ich schießen müsste. Ich steck aus. Ich auch. Da ist einer. Im Jeep. Fuck. Ist ausgestiegen. Hab ich nicht viel gekriegt. Doch nicht. Hast du Moon zufällig? Nein, das muss ich nachladen, Alter. Hast du Moon zufällig? Nein. Ich bin tot. Fuck, man. Fuck, man. Mann, diese dämlichen Dreckshelis. Wir haben nichts mehr. Nein, wir haben nichts. Boah, das... Und guck mal, bei unserer Base sind hier vier Boote und so weiter. Hier bei C müssen Leute sein. Ich komm mit dem Jeep. Wo bist du? Ah, da senkt er sich. Nee, ich bin schon wieder weg. Aber hier, die Venom hat mich ein bisschen... ...geackrot. Keine Ahnung, ey. Fuck. Gibt's ihm ein Auto, Mann? Ein Auto, Mann? Ja. Guten Tag. Böp, böp. Wupp. Wupp. Wupp, wupp. 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 Was war denn wo daneben, du Pfeife? Du Loser. Loser. Ich fahre mal hier dran vorbei. Ja, Mitte zur A. Hört sich gut an. Oh Tank. Hallo Tank. Ich bin ausgestiegen und mache mir den Zug kaputt. Habe ich gehofft, aber... Hat da was dagegen? Jetzt hat er aber verloren, wo ihr seid. Der Kumpel. Nicht so nah an der Wand. Nicht so nah an der Wand. Bei dir? Max. Max. Erschieß ihn. Töte ihn. Ja, ich bin dabei. Einen noch. Dann dürfte gleich aussteigen. Halte deine Waffe bereit. Er ist ausgestiegen. Links lang. Er ist noch nicht tot. Oder? Ah, da. Er liegt dahinter. Was zur Hölle? Wieso tötest du ihn denn nicht? Wieso schießt du ihn nicht einfach? Habe ich doch. Ich habe zweimal auf ihn geschossen. mit der Magnum und nicht eine Kugel hat getroffen. Wir hatten ja das hinbekommen, Alter. Das geht doch gar nicht. Ja eben, das frage ich mich ja. Das ist ja gerade diese Scheiße. Steigt bei C ein. Ich schieße doch nicht. Ja, ich bin jetzt bei Cluster. Oh, ich habe hier ein Heli. Das ist ein gegnerischer Tank. Tod. Alle. Komm runter. Ich werde so sterben. Ich reparier mal. Ja, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an, oder? Ich wollte die abholen. Aber echt, das mit der Magnum ist wieder so typisch, Alter. So typisch. Woher hast denn du die sechs Kills? Tja, mein Freund. Cheater. Komm, wir drehen das jetzt um. Jetzt sind wir in dem Team. Guck mal, BFF. Das sind welche Best Friends Forever. Vielleicht sollten wir uns das auch mal machen. Ja. Vielleicht haben wir noch einen Platz frei. Ne. Mit denen bin ich ja nicht Best Friends Forever. Achso. Nur mit dir. Und mit Gott. Sonst niemanden. Hm. Die Gleichstellung gefällt mir. Meinst du? Nur weil ich Gott jetzt abgewertet hab? Also, ich bleib weiterhin Pionier. Es passiert nichts. Es ist dunkel. Es ist hell. Wen. Cool. Ich rempe, wie du fliehst. Go, go, go. Ich rempe schon mal. Sehr gut. Damit du dann nicht mehr rempen kannst, wenn du beschossen bist. Oh, das macht aber hier Traffic Bugs, glaube ich. Oh, der war aber jetzt schnell. Das ist schade. Liegen über A oder sowas. Dann lass die Leute da raus. Oh, da sind ja Leute unten. What the fuck? Oh. Oh. Reg mal hin. Äh, hast du ein Jeep, so Jet, irgendwie hinter dir am Arsch oder so? Weiß nicht. Ja, auch nicht. Ja, sah so aus. Voll ist er. Sehr schön. Nutzt zweit ist ja auch geil. Oh, rappen, rappen, rappen. Oh, fuck. Oh nein. Nicht nur. Oh. Oh. Okay, ja. Werden schon wieder beschossen. Ja, ich, okay, jetzt kann ich nicht mehr rappen. Ja. Ja, jetzt geht's wieder. Wir bleiben einfach mal ein bisschen. Wir machen sonst, effektiv machen wir eigentlich gar nichts. Nee, aber das müssen wir auch wieder mal rappen. Aber du kriegst zumindest Rapppunkte. Okay, hier kann ich schon mal. Jetzt rechts, wenn du jetzt rechts einsteigst, dann kannst du jemanden in der Schiffen töten. Warte mal, warte mal, geh mal runter. Geh mal weiter runter. Nein, die sind Leute direkt unten. Ja, eben. Ja. Achso. Wieso schießt du denn nicht auf die? Ja, weil, ähm, ich, ich, achso, passt. Ja, jetzt muss ich rappen. So, jetzt. Oh. Äh, rappen. Ja. Hm. Oh, oh. Au. Jetzt hätte ich gleich rausgeschossen. Wir kriegen, wir kriegen. Ja, äh, überleben wir vielleicht gar nicht. Ich kann gleich nicht mehr rappen. Raus, raus, raus. Okay. Schön. Kannst du ihn noch rappen? Was? Nee. Oder? Zieh, zieh, zieh. Drück dagegen. Drück dagegen. Er darf nicht ins Wasser. Nein. Ich krieg ihn noch. Ah, okay. Das hat so viel Spaß gemacht. Das ist schön. Fuck, fuck, fuck. Was denn, Bruder? Heli in der Luft. Heli in der Luft. TV-Pair. Flugabwehr. Wo, für uns? Hier bei E. Nee, kannst du kaputt machen. Juhu. Wo ist die denn? Ach, da. Hab sie einmal getroffen. Hab sie zweimal getroffen. Äh, die hab ich irgendwie jetzt nicht getroffen. Der ist ausgestiegen. Wo denn? Weiß ich nicht. Andere Seite. Ab ihn. Okay, cool. Schade, ich hätte sie gerne repariert. Ähm. Was ist hier los? Ach, der Jet. Lass doch einfach mal hier irgendwo hinfahren. Das klingt so gut. Ähm. Ähm. 250 und die 125 Punkte. Hui. War das elegant oder war das elegant? Das war, das war die James Bond Taktik. Achtung, da hinten ist. Schießen Leute, ja, einige. Dort irgendwo. Dort, wo ich die Granate hingeworfen habe. Oh, das könnt ihr sogar mal jemanden treffen. Oh, hier ist ja jemand. Abgefahren. Hier ist wieder einer bei unserem Jeep. Ich muss eins aufgefassen. Nein, ist Jupp. Nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein. Du bist halt jemanden in unseren Jeep geklaut. Die nehmen den Bagger. Okay. Oh, ich bin der Himmel. Kannst du auch nach vorne, geh nach vorne. Ach ja, siehste. Ich nehme die Magnum. Mit der habe ich ja... Oh, links nochmal ein BC. Das ist ja natürlich schade. Ja, räume mal hier auf. Ich springe mal raus und versuche den Typen bei CC zu eliminieren. Hast du ihn? Nee. Hast du ihn? Ja. Kommen wir. Sehr gut. Ich komme wieder. Komm rein, mein Freund. Hihi, ausgedrückt. Oh, warte. Au. Au, 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 au. Was denn? Was denn? Was denn? Wovon sprichst du? Der EOD-Bot hat mich gerade getötet. Der macht gerade dein Ding kaputt. Du musst doch mit mir reden, Alter. Und nicht nur lachen. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Entschuldige. Aber der Reparaturbot hat mich getötet. Das hatte ich noch nie. Das war mein erstes Mal. Das ist ja gut. Nein, da ist genau die Viper gespawnt, als ich in den Venom einsteige. Nein. Boah, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Was ist hier so? Soll ich dich mal abholen? Kann ich dich bei I oder D absetzen? Ähm. Ich bin gleich tot. Warum denn? Ich habe nur noch 10% Leben. So, ich bin jetzt. Da kommen Leute. Ja. Einige. Hm, fuck. Ich bin gleich wieder voll. Da sterbe ich eigentlich häufiger. Oh, da liegt eine Granate in mein Gesicht. Oh, das war ich nicht. Tut mir leid. Ich habe niemanden getötet. Mäh. Ich bin jetzt ganz allein bei C, habe ich so das Gefühl. Ich fühle mich wie Rambo. Ach, fuck. Ey, was für ein... Naja. Was ist denn los? Wir hatten dich jetzt abgeschossen. Nee, nee, ist schon gut. Alles gut. Ich gehe jetzt mal auf, ähm, ich bin bei E. Ach, was soll's. Ich bleib hier in die Achtung. Da ist jemand direkt bei der Flag. Genau der. Sonst habe ich keinen auf dem Radar gesehen. Uff, kann... Nee. Was war denn das? Weiß ich nicht. Kommt aus Richtung... D kommt einer. Kommt aus Richtung hoch, ja. Zwei. Ja, da war einer am Stein. Da. Direkt beim Bagger. Beim Bagger. Rechts oder links? Links daneben müsste jetzt sein. Okay. Wo ist denn der? Da links. Ist er tot? Nein, von hinten. Von hinten. Von hinten. Von hinten. 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 Ich komme mit dir rein, aber der andere ist... Hast du den anderen aufgetötet? Ich habe einen getötet, ja. Und den anderen auch? Vorne war einer und hinten war einer, ne? Ich habe den getötet, der dich getötet hat. Da, da, da. Und ich habe dann... Genau, den anderen hier. Den habe ich jetzt aufgetötet. Und den... Und noch einen halt. Okay. Und dann... Du... Untertitelung des ZDF für funk, 2017